Sobald er rauskommt, papam papam, 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 oh er springt raus, er ist um, er ist um, ausgenockt, sehr gut, lass ihn ausgenockt, vielleicht kommt er sein Maid noch, ich lass ihn, ich lass ihn leiden, ich seh ihn auf jeden Fall noch hier krabbeln, ja der andere Maid, der bewegt sich jetzt langsam, der kommt von der linken Seite, ist hinten an so einer kleinen Hücke, ich hab hier noch immer rechts im Auge, er geht jetzt ran, er ist jetzt gleich dran, hast du eine Granate, kannst du richtig schön timen, ich seh niemanden hier, er rennt, er rennt, er springt und er ist jetzt gleich an seinem Maid dran, jetzt holt er sein Maid wieder, jetzt rennen wir ran und dann gehen wir in den Kopfschuss, jetzt komm ich hier nicht rüber, so, oh, da vorne ist einer, H1-7-1 Style, auf geht's, wo, wo, wo ist vorne, ähm, da, vor uns, da, da, bist du bereit für H1-7-1 Style, stell deine Waffe auf V-automatisch und go der andere ist tot sauber ja hat funktioniert aber unser Leben ähm, am besten bei der Taktik immer, je nachdem wie ich mich drehe, in den Hinter-, also in den Fahrersitz von mir, sozusagen, also hinter mir, dass du dann auf der richtigen Seite aufsteigst, weil ich hab gesehen, du hattest keine Deckung jetzt gerade, ne? ist genau vorm Auto gewesen oh shit, kommt noch was Motorrad, an unserem Auto angehalten ja, du musst dir die Zeit jetzt nehmen boah, noch Munition hier, oah, was hat denn der alles mit, geht's dem gut? oh, der ist ins Haus, der ist im Haus, rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns, ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen tot, direkt tot direkt tot das ist mein Herz hat der über uns, der hat uns gar nicht beobachtet ne, irgendwie nicht den hat das nicht gestört, dass hier so viele Autos liegen den stört das nicht hier wechseln für die Munition oh, hier sind welche geparkt haben wir Granaten? wir haben drei Granaten oh, die sind rausgekommen hopp okay, das ist nur eine schlechte Position hier ja, ich kann nicht wegkommen hast du nen, gute Scope? auf dem Berg da hinten? nen Vierer Scope Vierer, okay ähm na, von hier, wir könnten ihm die Reifen zerschießen, ja das könnten wir machen, oh, warte mal, ich steig mal hier aus voll gehässig, Reifen zerschießen ich weiße ich bin da sauer im Ernst oh, sie rennen raus, oder? weiß sie nicht also, ich glaub, sie wollen mit dem Auto weg ja, echt mal ja, das wird nix mal mit dem Auto wegfahren, Jungs ja, ausgenockt was, was kassiert denn der? ausgenockt, ausgenockt lasst uns ranfahren, oder? ja warte, der andere muss nach hinten laufen zu ihm ich lenke die vielleicht ein bisschen ab hast du ihn? der war ausgenockt, weil der andere ist die linke Seite irgendwo hinter dem blauen Ding entweder wir fahren jetzt ran, oder nicht? der kann hinlaufen, oder? hinlaufen übers Feld? du lenkst ihn ab ich lenke ihn ab mit dem Auto irgendwie, ja könnte man machen ein bisschen rumfahren, so, wuuuuh, ich bin der böse hallo, hallo, ja, ich seh ihn, er ist vorn dran, vorn dran ist tot ach, schade das hat gut funktioniert mit dem Ablenken ja keine Ahnung gehabt, ja oh, ich wollte auch was machen hallo, können wir auch mal was hier du 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 was kann ich ansteigen oh, da läuft ja einer rechts hinter uns hinter uns, hinter uns ist einer ja, ich seh ihn, ich seh ihn du hast ja das gute Scope, ne? auf geht's das gute? ja, das Vierer ich hab leider keinen richtigen Scope war da kein Vierer dabei? komm was, Vorsicht oh, shit ich hab einen gekillt der andere die haben sich selber gekillt wut? gs ja und dann sag ich komm pack mich nicht an pack mich nicht an pack mich nicht an pack dich gar nicht an warte, ich hab dich gleich ich hab dich gleich ich hab dich gleich ok, jetzt hol ich dich so tut mir leid ich musste noch den Kill nehmen ja, nee mach nur deine Sachen ey, Anonymous dankeschön die sind die haben grad du nicht mehr ausweichen kannst bei dem Auto ist impossible die haben äh H1-7-1-Style gemacht irgendwie die sind beide rausgesprungen anscheinend ich weiß auch nicht was jetzt da der Plan war keine Ahnung das wird grad im Südwesten weg oh, shit das ist ein Spieler auf dem Berg 300, 300, 300 glaub ich, oder? das ist ein Busch ne, das liegt einer Feuer 3 Hits 3 Hits ja Spoon ok, gesichert ich sag nur ok, gesichert 3 Hits jetzt kannst du ok, 30 Sekunden noch jetzt sind Zeit haben wir wenn du irgendwas brauchst brauchst du Boost ich hab Boost ich hab gar keine mehr gar keine mehr ok, komm mal her hier wurde verwendet und stelle ich dir mal hier ein Menü zusammen bitteschön oh, dankeschön wir könnten auf den Hügel rauf, oder? und den mal kurz looten gehen noch hier, komm komm, Zone, Zone ich bin hier, ich bin hier oh, shit, shit, shit ne, ich bin nicht hier oh, jetzt bin ich hier oh, go, go, no ich bin rausgeschossen wo war der? bring das Auto zum Anhalten erstmal das Auto zum Anhalten bringen ja, ich würde nicht ich könnte einsteigen jetzt ja, oh, nicht mich überfahren ich brauche Entdeckung hier hier nicht mich überfahren nur die Entdeckung bitte ja, ok, jetzt aussteigen genau, perfekt jetzt kannst jetzt kannst du mich holen ich seh den gar nicht sorry alles gut äh, die Zone zieht richtig viel ja warte auf dem Hügel hier, oder was? ok, ich hoffe ich schaff das vom Timing her komm, komm, komm bitte überlebt, bitte überlebt bitte überlebt bitte überlebt noch bevor die Zone ran ist und rein, 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 rein rein fuck oh nein, hoffentlich schieß der mich jetzt nicht wieder raus go, 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 ok, go, go, go ich hab keine Ahnung wo der Typ war ich weiß es nicht ok, ich leg mich jetzt erstmal hier hin und heil mich entspann dich, entspann dich uuuuuh not like this not like this ich hab übrigens keine Helm mehr also wir müssen den Typen oben auf dem Hügel looten oder ich zumindest ich weiß nicht woher ich glaub das ist ein Spieler 240 wenn ich das so richtig seh ich muss mal kurz gucken was hab ich denn da gesehen ah ne, dann war das ok, doch kein Spieler sorry lass das am besten ab jetzt laufen würde ich sagen ich lauf jetzt hoch zu dem Typen muss ich in der Zeit auch in dem Loot oder du läufst mal vor du hast ja den Dreierhelm weil ich bin sonst direkt One-Shot wo lag denn der Typ hier hier ist eine Leichenkiste ich glaube halt dass die Situation sehr komplex ist und dass es eben nicht so ist ich hab den Helm sehr gut ok, ok hey Game Jockey dankeschön dankeschön ich hab den Helm erst mal den Berg hier umclean ok mach mehr hast du gern Dutch ja hier rechts oh Spieler rechts ja direkt tot los wir müssen jetzt gleich los 10 Sekunden noch kommst du oder ja ok uh uh ja wir hätten echt Glück ne mit dem UAZ der hätte uns ja auch die Reifen zerschießen können dann wäre ich tot gewesen wahrscheinlich ja hätte ich es nicht geschafft ok irgendwie gibt der Buggy im Westen vor dir im Westen ok Baum hier links und dann sag ich komm hör auf lass doch lass doch pack mich nicht an pack mich pack dich doch gar nicht an und dann hab ich eine Hande gezimmert hey dankeschön kliotisch kliotisch kommt ne Auto rein Richtung Norden der ist sogar angehalten jetzt sind schon ausgestiegen wie auch Spieler Richtung Norden relativ weit weg auf genau der anderen Seite oh die Zone ist ganz gut für uns hier gerade bin ich schick was für einen Scope hast du eigentlich 4er 4er ok dann komm mal zu mir einfach nur dass du erstmal weißt wo die Spieler sind und genau jetzt hier durchgucken bis hinten da ist so ein kleiner Fels Richtung Norden siehst du den und da an dem Felsen dran da ist einer genau dahinter das ist schon mal ungefähr weiß wo einer ist ok und eben an dem Auto was hier vorne eingehalten ist da hab ich ihn gesehen da hab ich mich auch gesehen genau da haben wir das schon mal ja wir haben 40 Sekunden noch dann lass uns erstmal hier bleiben oder bisschen clean hier 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 schießt einer auf mich vom Auto aus vorsicht der hat eine K ist immer noch in meine Richtung dann würde ich sagen laufen wir dann rechts in die Zone rein da haben wir die ganzen Bäume aber wir müssen noch nicht können da kommen Spieler Richtung 300 rein wow 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 bei 100 ausgemacht oh die Zone okay nix kommst du okay Zone vorsicht von links könnten noch Spieler kommen also Richtung Westen du hast die Seite okay ah hier bin ich noch ah ja links ist wer seh sie kommt noch einer fuck ich mich verraten und wo links ist einer links ah ja ich seh ihn ich seh ihn ist tot tot ja direkt tot ne sein Mate hat sich grad eben schon gekillt dann lass ran so ein bisschen hier an die Mauer vielleicht ein bisschen ich hasse das hier mit den 50.000 Mauern das ist doch voll cool ja der Vorteil ist jetzt der Typ mit der K der kann seine K nicht mehr benutzen jetzt in dem Close Combat hier also können wir schon mal davon ausgehen einer hat zumindest keine Shotgun sind ja nur noch zwei Leute oh ne bin ich hier vorn drin ich push mal ein bisschen vor um mal zu gucken ja wir sind mit drin okay ja die müssen ja irgendwo am Auto sein denke ich mal so ne Endzone hatte ich auch noch nicht das ist voll cool eigentlich hm uh einmal hatte ich eine hier hinten gerade vor uns bei den Kisten ging es zu Ende okay du guckst linke Seite äh rechte Seite dann guck ich linke Seite uh und ich mit meinem 8er auch nicht mehr ne okay hat neulich eine 5 in Deutsch gekriegt und schlug der Wann weil der Kacke fand mhm bei mir auch nicht alles clean der Tollmaster nice roger over out out over red bunch leg hallo Hauptsache okay tja da haben wir jetzt wohl ne Kackzone ich denk mal die sind da genau drin hast du Granaten? ich hab 5 Stück ja ja du auch? ja okay also ich denke mal die sind schon irgendwie da hinter der Mauer ich markier das mal wo ich die vermute ungefähr da so im Auto links oder? meinst du? ja genau links vom Auto also rein theoretisch wir könnten schon ein bisschen vor pushen aber warte mal ich muss mal gucken ne wir oh wir müssen sogar richtig ran das ist ja mal Kacke wir können ähm am Auto rechts ran pushen vielleicht aber das ist auch wir müssen auf jeden Fall übers offene Feld ja haben wir smokes die bringen ja nix hier ich hab leider keine smokes oh ich seh einer der ist rechts rechts auf der Kiste rechts ok rechts hier ja ich werf ne Nate dahin wir müssen gleich ran laufen vorsicht ich glaub er geht nach links rüber er läuft nach links oh shit vorsichtig ok die Nate ist wirklich raus gegangen wir müssen jetzt ran hier links die Mauern müssen noch drin sein einer war direkt tot ist ein einzelner nur vorsicht ich bin noch nicht bei dir ich seh ihn ja ich geh auf die rechte Seite sauber ok show von das jetzt zwei Runden die werden andere einstingt und elf kids bei mir sogar jetzt geht es los sah damals da waren wann wam es dies war geklaut glaub ich schickes Ding er gut ich hatte fünf auch und dann wenn man die geklaut noch unter So regnet es nicht. So gefriedlich. Ja, stimmt. Das ist echt.